Montag, 21. Juni. Heute ist die Sommersonnenwende und entspannen ist sehr wichtig. Sie könnten das bei einem Sonnwindfeuer und einer kleinen Feier bestens zelebrieren. Holen Sie sich Seelenverwandte zum abendlichen Treff, es tut Ihnen gut. Es wäre auch unter Tags und Abends ein guter Kräutersammeltag. Eine kräftige Massage oder ein Kräuterbad ist empfehlenswert. Abends ist bei vielen Sinnlichkeiten sehr gefragt, aber Vorsicht, es kommt auch rasch mal zu etwas Eifersucht. Und die Bauernregel von heute sagt, bis heute Johannes wird gepflanzt, das ist ein Datum, welches du dir merken kannst.